ich hab ja dazu gemacht ach so dann können wir jetzt die treppe rauf oder einmal schön im kreis laufen wenn man das rumgelaufen wäre schneller gegangen ja kann ich gerade eine rechts neben uns doch voll an der wand hoch der kopf wieder platsch gemacht ich bin schon wieder voll gott hier liegt schon wieder die knarre drauf die gleiche naja ich nehm es jetzt auch nicht mehr mit ich hab ja eine munition für dich munition nehm ich was soll ich jetzt mit noch einer m16 halt das ist hier leer ganz hinten an der wand stand einer aber er ist noch er hat noch zeit oh gott hier sind drei drin jetzt wird schwierig sind meine taschen auch voll aber das was da drinnen ist das könnte so da ist noch eine sache drinnen drüben ist noch eine sache das ist schießpulver was du noch einstecken kannst hier liegen noch polzen hier hinten jetzt sind sie weg doch hier genau hier da liegt er kann ihn leider nicht einsammeln gott na gut ja okay das ist aber Eisen Gewehrpatrone okay jetzt ist vorbei kann ich mal mehr Patronen aufnehmen ich auch nicht mehr äh so du hast doch davon was gehabt und davon und davon und davon und davon und davon ja gut hast du noch ziegel bearbeitet in stein oder ziegel leuter stein ups das wollte ich gar nicht mit dem ring mitnehmen den gummi eine muss noch irgendwo sein da hinten im eck die tante das nachladen ging jetzt doch sehr gechillt noch mal ziegel bearbeitet in stein dann schmeiß es mir wieder hin und der rest ist dann auch drin und so der winder takes it all da ist da noch ein bolzen du brauchst uns zufrieden Munition ne ich würde eigentlich gerne ja sagen ähm hier ist ein bolzen für dich da ist das für dich da ist ein seil da ist ein nägel weißt du was ich hab viel zu viel von diesem scheiß hier dabei ne lass das liegen ich schmeiß das gerade raus deine illegale waffensammlung kommt den scheiß alten bogen den heu auch raus auch kein mensch so ja meine illegale waffensammlung so so Lass mitnehmen Was geht Was ist das hier für eine Tür Wo geht es da hin Na toll Munition Ich verbrauche gerade welche Was ist denn da hin Was hat Blondes neben dir Alter Jetzt lad halt nach Ich mache ein Siebos hier Es wird wie ein Unfall aussehen Hat er gerade meine Ja Hat gerade meine Armbrust ausgetauscht gegen die Ja schwierig Armbrust habe ich doch Warte mal ich habe doch eine dabei Da liegt doch der Armbrust Warte mal Ja warte ich muss doch einfach umstellen Ähhhh Ist nicht so gut wenn man Zwei Tasten Das gleiche hat Ist nicht gut So Kann man das auch irgendwie Ich habe sie dir da unten wieder hingelegt Hast du sie Ja Und ich lege sie noch in den Bolzen So Warte mal Ich habe da noch Kramp für dich Langsam habe ich auch kein Da stapelt sich Holz Hier ist eine Munition Wenn du welche brauchst Da habe ich dir noch ein Pfeil hingelegt Am Bolzen halt No Ansonsten Ja Da waren wir gerade drinnen Da ist nichts mehr Was ist hier noch Angebot Nix Totraum Brauchst du noch ein paar Energieriegel wieder? Würde ich nehmen Ja Falls du Snickers Hier Wird er denn Wix mehr glaube ich Die Räumlichkeit sieht leer aus Nein Da ist Aua So ein kleiner Pisser Wie groß sind eigentlich Die Bürostühle Ja die sind für große Menschen Ich glaube wir sind rum Ja Würde ich auch so sehen Ah Das finde ich hier Ah Polizeirevier ist unseres Ich glaube Da geht's raus Das war jetzt nicht der Ausgang Wo wir rein sind Aber es ist ein Ausgang Silze Problem ist Unsere Taschen sind voll Das heißt wir können eigentlich Hier in dieser City Sowieso nichts mehr machen Wir müssten eigentlich zurück Ja Auch wenn ich mir gerne noch Das Krankenhaus angeschaut hätte Ach ja Boah Hätte man noch gerne gemacht Ja Da gäbe es bestimmt wieder lustige Sachen drinnen Joa Viel zu viel zu looten Ja Was hast du vorhin geskillt gehabt Für Größere Taschenplatz Ähm Irgendwas ist hier gerade Fischi Irgendwie kriege ich Leben Ich kriege Leben Entzug Ich weiß nicht warum Der Ausdauerbalken ist auch komplett runter Musst du mal warten Der ist komplett grau Der füllt sich gar nicht mehr auf Sobald ich sprinte Völlig leben Okay Voll der Bug jetzt Ähm Überladen bist du aber nicht Oder Okay Jetzt lädt er Jetzt lädt er sich wieder auf Okay Hast du noch Öl Ähm Jetzt schon Äh Ich verliere immer noch Leben Okay Das ist ein Bug Der Ausdauerbalken Der lebt Der ist jetzt gerade Ja fast beim Kompass Sobald ich sprinte Verliere ich Leben Ich habe ein Bug hier Oder du bist überladen Ich glaube jetzt nicht Ich habe zwei Plätze frei Hm Bist du weg Ja und dann Was Moment Wie kann es sein Dass er sich gerade Wo du hier stand Das dann wieder aufgeladen hat Weiß ich auch nicht Äh Warte mal Was passiert eigentlich Wenn ich hier Ja genau Äh Ich pumpe dir den Bauch Mit Kugeln voll Ich wollte sagen Was passiert eigentlich Wenn ich nochmal neu treue Mach doch was Ich speichere kurz noch Äh Da kommt nochmal Ich mach ein Sieber Aus dir Schrein hilft auch nichts mehr Da kommt nochmal Da liegt ja noch nur drum Wir sollten trotzdem zurück Unsere Taschen sind ja voll Es hilft ja nichts Ja Wir kommen jetzt auf dem Weg nach Hause So noch an zig Mops vorbei Die wir umlegen müssen So unsere Taschen ja nicht unbedingt leerer macht Sagten sie ein Gluten Solange noch was reinpasst Ja Solange noch was reinpasst Ich frage mich Ich frage mich wie viel man Was denn Lass mich raten Wie viel Forschungsmaterialien du hast Wollte ich dich grad fragen Ja Den Moment Ich shit you not Hab ich da grad Den Inventar aufgehört Und hab da auch nachgeguckt Wie viel hast du Ich hab 336 Ich hab 340 Alter Das ist nicht viel Ich hab vorhin gesehen Die eine Stufe Wenn ich das ausbilden will Kostet mich 250 Stück Ey Wie wird das Voll Ja komm Das ist sowieso die falsche Richtung Da gibt's doch Hospitale Da wollen wir nicht hin Also grad nicht Weil Taschen voll Mach nicht so lange Weil ich morgen Einkaufen muss Morgen früh Und äh Ja Nochmal zum Arzt Zwei Okay Ja Das sieht schon ausgeschlachtet aus Soll ich die Straße holen uns Na gut geht's doch Ich wollte grad sagen Soll ich die Straße Wo wir Sie gemacht haben Wir sind eigentlich jetzt Rechts Von uns vorhin gewesen Also wir sind Teilangelaat schon Ich will doch grad dann rumlaufen sehen Also doch Da lass mal sie nachladen Was ist denn hin Das wäre so ein Rabbenochse Wenn es da noch irgendwie Ein Ziel von Rohr drauf wäre Auf der Knarre wäre ich Eigentlich mehr als zufrieden Es ist echt schwer auf diese Distanz Mit diesem Gewehr Einen Kopfschuss zu machen Du hast ja irgendwie einen Übersehen Das täuscht Eher nicht so Jetzt lad halt nach Vielleicht kann es doch nicht sein Ich hab überhaupt Grad mal so Spontane Zweifel Dass wir das überhaupt Alles in unsere Kisten Unterkriegen Da Hab ich gar keine Zweifel Dass das irgendwo Ich kann nicht mal mehr laufen Notfalls auf dem Boden 0-10-Jung Ja Boden Könnte theoretisch Funktionieren Wir wissen nur nicht Wie es hier mit dem Respawn Äh mit dem Deespawn aussieht Ja Stimmt Gute Ressourcen Respawn Sieht jetzt nicht so gut aus Ja ich meinte auch Den Deespawn Ab durchs Grüne Ich glaub das muss ich wieder anhalten Vielleicht kommt der Wolf wieder Und beißt uns den Arsch Ja Dann pumpe ich ihn mit Kugeln zu Äh voll Ah da hinten sehe ich das Haus schon leuchten Was für ein Ausflug Was für ein Ausflug Neuchte So hier kommt das Öl rein Dann das rein Das rein Die Gießkanne kann auch Hier rein Na hier drin Ja hier ist das ganze Knochenzeug Und Fett Ich Zeug Zeug Genau Das ist hier fertig Da hab ich ja Gut Hm Schwierig Ich krieg die Schweinefüße Da auch nicht rein Kommt die Schweinefüße nicht eher rechts? Ja Könnte man machen Ich hab eigentlich das ganze rohe Fleisch In die linke Kiste mit reingeschossen Aber wir können das natürlich auch tauschen So Dann mal rein in die Stube Das ist alles hier Rechte Kiste ist Stein und Erz Wo ist eigentlich das Also wie es den Riegel Wie es aussieht Kann ich nicht machen Also nicht mal lernen Ich glaube auch nicht Dass das geht Ich sehe auch keinen So Plastik Das hier ist Die Holzabteilung Ja Dann Hier reingucken Das ist das ganze Plastik Ich hab jetzt noch ein bisschen Fressen gelernt Ich glaube das ist nicht schlecht Weil da gibt's auch Fressen Die man Die auch wenigstens was herstellen Hm Stofffetzen Gehen Hier dazu Mit dem ganzen Papierkram Ups Ne Das sind meine Das sind meine Forschungshotizen Die gehören da nicht rein So Was kann ich jetzt machen hier Ah hier Das hast du Novisporter Hast du Dir gelernt So Jetzt schon Kurz mal rein ins Inventar Sieht aber irgendwie Nicht größer aus Simon Das Inventar sieht aber Jetzt irgendwie Nicht größer aus Hab ich gesagt 15 Plätze halt Gibt's ne Ja ich hab jetzt Den Novisporter Eins Den Porter gelernt Also es müssten eigentlich 24 Plätze sein Aber Die sehe ich nicht Dass die Das wo das sein soll Okay Das hört so komisch So Das habe ich doch Schon längst gelernt Warum wird mir Es immer noch Angezeigt sollst du Das Dann tweiv Ok Und Untertitelung des ZDF, 2020